Hinter mir seht ihr die Mein Schiff 1 im Hafen von Bremerhaven. Ein Hafen, den ich noch sehr gut in Erinnerung habe aus meiner Zeit an Bord, der Kreuzfahrtschiffe. Und sie macht gerade einen Passagierwechsel. Ihr seht, es wird gerade Treibstoff getankt und sie bereitet sich vor für eine neue Kreuzfahrt. Da könnt ihr auch mal mit dabei sein als Crew an Bord, was einen unglaublich spannenden Schritt bedeutet in eurem Leben. Dass so Arbeiten auf einem Schiff ja nochmal eine ganz andere Perspektive bringt. Ihr seid unterwegs, ihr reist, ihr seid in verschiedenen Ländern dabei und ihr könnt täglich mit den Gästen arbeiten an Bord in verschiedensten Bereichen. Wie ihr sehen könnt, auf so einem Kreuzfahrtschiff, was natürlich auch eine gewisse Größe hat, gibt es die klassischen Bereiche im Hotelbereich. Restaurant, Rezeption, Housekeeping und Bar. Und es gibt noch ziemlich viele verschiedene Extrapositionen, die man vielleicht gar nicht auf dem Radar hat. Und wie man so schön sagt, das sind Bereiche im Spa-Bereich, im Fitnessbereich, im Ausflugsbereich, wo ja die Gäste beratet über verschiedene Ausflüge und vielleicht nochmal mit Update auf den Ausflug. Habe ich selbst auch gemacht, zum Beispiel St. Petersburg, war fantastisch. Oder ihr habt auch Positionen in der Kinderbetreuung, in der Administration, in der Verwaltung, im Crew-Bereich, wo ihr zum Beispiel dann als Crew-Pürser auch arbeiten könnt oder im HR-Bereich als HR-Manager an Bord, in den Finanzen als Financial Controller oder im Warenbereich als Provision Master, im Küchenbereich als Su-Chef, Executive Su-Chef oder auch Küchen-Chef. Da gibt es an Bord wirklich sehr viele spannende Chancen und wir als Agentur sind ein Recruiting-Partner von der Firma C-Chefs, die an Bord das ganze Personal stellt und euch beraten bei den verschiedenen Einstiegskonditionen, bei den Vertragsunterlagen, aber auch vorab euch unterstützen, ein Interview zu sichern mit einem Recruiter, um einen Job an Bord sichern zu können. Wenn ihr mit dabei sein wollt, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir vereinbaren dann ein erstes Gespräch mit euch, informieren euch über die aktuellen Konditionen und die Chancen an Bord zu starten und helfen euch dabei, die ersten Schritte an Bord erfolgreich zu gehen. Kontaktiert mich gerne für weitere Informationen persönlich an meine E-Mail stefan.liebeg.backup-jobs.com oder schaut vorbei auf unserer Karriereseite www.backup-jobs.com.de. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen, mit euch reden zu dürfen, um die Chancen an Sport diskutieren zu können und sage bis jetzt, bleibt gesund und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euer Stefan.